Ja Leute, und damit erst mal willkommen zurück zu Stronghold Crusader, dem Kreuzzugmarsch. Ja, ich bin gerade dabei, die ganzen Videos hochzuladen, die in der nächsten Woche hochkommen. Und deswegen, ja, muss ich gerade sowieso noch eine Stunde warten, bis ich den PC ausmachen kann. Deswegen dachte ich mir, ja, haust du doch einfach nochmal einen Kreuzzugmarsch raus. Und ja, wir kämpfen jetzt hier gegen zwei Saladine. Das heißt, das könnte ganz schön lästig werden im Late Game. Aber naja. So, wir haben 2000 Gold, sie haben 4000. Die Startpositionen sehen mir sehr ausgeglichen aus. Alles klar. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Spieltop geht erstmal runter. Auf, ich würde sagen, 40. Dann pausieren wir erstmal und gucken uns mal die Karte an. Also, sehr viel Stein und Eisen, wie ich sehe. Einen Saladin haben wir hier unten. Und den anderen haben wir da rechts. Okay. Also muss ich die Verteidigung nach hier unten ausbauen. Da oben kann ich mir, glaube ich, ungestört Grünland suchen. Das ist halt die Frage. Ich glaube, ich gehe tatsächlich mal auf Obstgärten als Nahrungsquelle. Deswegen brauche ich das da oben vielleicht gar nicht. Aber vielleicht verhopfen. Naja, wir fangen mal an. So, erstmal Vorratslager. Das Übliche. Ja, bitte. Ähm, da wollte ich eigentlich hin. So, den Kornspeicher baue ich mal auch wieder so. Ähm, dann den Markt. Der ist ganz wichtig. Den packe ich da hin. Waffenkammern mache ich mal hier hinten. Ähm, ja genau. Holzfäller. Ja, die kann ich erstmal sofort machen. Ruhig mir das da hinten. Ja, komm. Macht mal das da hinten weg. Dann brauche ich Stein so schnell wie möglich. Wir benötigen mehr Holz. Na, da geht's schon los. Gut, dass der Markt schon da ist. Ähm, bauen wir mal hier hinten die Hütte hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, und dann hole ich mir hier ein paar Obstgärten. Na? Wo ist das Problem? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Hm. Naja, wenigstens kann ich ihn so platzieren. Ähm, bapapum. So, ich denke mal, das reicht für den Anfang. Ähm, genau. Wie viel Stein haben wir? Nicht allzu viel. So, das... Die Unterkünfte bauen wir. Ich baue ich mal auch da hinten. Ein bisschen außerhalb der Burg. Dann würde ich sagen, ist erstmal... Zeit für ein paar Pfeile. Beziehungsweise Bögen. Wir benötigen Holz. Ja, gut, okay. Das reicht, denke ich auch erstmal. Dann mache ich mal hier hinten schon mal dicht. Ja, wobei, ich könnte mich eigentlich auch direkt am Bergfried... Ja, komm, nehme ich den Bergfried mal mit als Turm. Und dann grenzen wir hier ab. Haben wir schon mal so einen kleinen Grundriss. Dann würde ich sagen, mache ich... Die Steinvorräte sind zu knapp, Seier. Ja, dann mache ich da nachher ein Tor aussehen, wo ich gerade war. Okay. Damit sind die Grundlagen dann, denke ich, schon mal gelegt. Ähm, ich kann jetzt noch kurz warten, bis das Holz reinkommt. Das heißt, ich kann vom Spieltempo schon mal ein bisschen hochgehen. Oh, wir haben jetzt ganz schön viele Obdachlose. Das ist natürlich schlecht. Ich kann ja schon mal ein paar zum Eisen schicken. Die Holzvorräte sind zu knapp, Seier. Oder auch nicht, weil ich nicht genug Holz habe. So, jetzt aber. Okay, wie sieht es jetzt mit dem Stein aus? Ja, ein bisschen ist noch da. Machen wir mal. Oh, bei, Sekunde. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Ja, ich denke mal, das passt so. Dann kriege ich da noch gut Produktion rein. Dann hätte ich hier gern ein Torhaus. So, haben wir die Burg auch schon mal fertig. Wobei, eigentlich können wir über den Bergfried gehen. Also wäre die Treppe jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt nötig. Aber naja, haben wir es auch mal. So, ich sammle dich da oben. Dann wird es bald Zeit für den ersten Turm. Ähm, Baumeister-Gede kann ich auch schon mal machen. So. Holz ist noch genug da. Holten wir mal noch ein bisschen Eisen. Und da ist halt die Frage, wo gehen wir rauf? Bei Saladin wäre ein Pekingiere vielleicht mal wieder ganz gut. Und dann vielleicht auch mal wieder mit einem Belagerungsturm. Könnte man ja auch mal wieder rein. Schauen wir mal. Ähm, dann könnte ich hier oben eigentlich... Na, wobei. Vielleicht, wenn ich hier noch ein Torhaus hinmache. Machen wir das doch einfach mal. Dann mache ich hier oben Käse rein, damit wir schon mal Armbrüste produzieren können. Denn Saladin wird ja wieder mit Schwertkämpfern kommen. So, ich denke mal, die reichen. Dann stellt ihr euch schon mal auf Armbrüste um. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass wir bald Geld rankriegen. Ihr habt nicht genügend Güter. Äh, wie sieht's mit dem Stein aus? Jo, wir haben genug für den Turm. Das ist gut. Machen wir da einen hin. Wir werden überfallen. So, gehen die Katapulte schon mal ein paar Ballisten. Hallo, geht er hoch. Danke. Okay. Okay, wir werden dem Bogenschützen nerven. Die ist natürlich ein bisschen am Anfang. Äh, ich kann ja mal die Lanzenträger versuchen, gegenzuschicken. Wobei, jetzt sind die sowieso schon fast tot. War's ja erstmal egal. Die Lanzenträger bringen mir auf lange Zeit ja sowieso nicht viel. Okay, machen wir mal noch ein paar Hilfen, damit hier mehr Leute da sind. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Dann könnten wir ja schon mal leichte Steuern machen. Ich werde die Nahrung jetzt noch ein bisschen erhöhen. Äh, okay, ich hab wenig Platz. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ich hab verdammt wenig Platz. Die Bäume sind ein bisschen problematisch gerade. Äh, machen wir da oben noch welche hin. Ja, ja, das weiß ich. Das liegt an den Steuern. Das ist normal. So, hier geht mir alle auf den Turm. Stein kriegen wir jetzt ganz gut ran. Machen wir nochmal hier ein Türmchen und da ein Türmchen. Machen wir noch Ballisten drauf. Dann machen wir das hier auf der Seite nochmal genauso. Und dann würde ich sagen, können wir hier schon mal dicht machen. Ah, da kommt der Saladin nämlich schon wieder und nervt hier. Was natürlich jetzt ein bisschen kacke ist, weil ich genau da nämlich keinen Turm habe. Okay, verpiss dich schon wieder. Ähm, mach ich da mal noch auf den Farmen? Und hier hätte ich gerne auch noch eine. Na komm. Okay, Stein gehe ich jetzt mal wieder ein bisschen runter. Dann könnte ich jetzt langsam mit Rüstung und so weiter anfangen. Oder nochmal Bögen. Ja, Bögen kann man auch noch ein paar machen. Oh, was ist der hier so eng wert? Das passt schon. Okay, hier geht schon wieder die ganze Zeit Action ab. Na komm, geht aus dem Weg. Ich muss hier einen Turm bauen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Dann machen wir hier jetzt auch mal dicht. Dann ist hier Ruhe. Euer Gnaden? Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. Bin zur Stelle. Achtung! Und los! Okay, ich brauche deutlich mehr Bogen schützen. Achtung! Es werden Rekruten benötigt sein. Waffen geschultert! So, zum Eisen könnte ich eigentlich noch ein paar dazu schicken, ne? Aber machen wir doch mal. Eisen bringt ja auch gut Geld. Okay, wir können schon die ersten Pikiniere langsam machen. Die Saladine sind hier noch ein bisschen in der Aufbauphase. Das Spieltippo kann jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen hoch auf 90. Hm, ich könnte natürlich auch ein paar Ritter einsetzen, ne? Wäre vielleicht auch was. Ritter benutze ich eigentlich so selten. Aber hier doch einfach mal nochmal ein bisschen Rüstungproduktion. Na. Wie sieht es mit der Nahrung aus? Nicht so gut. Ja, hier ist aber auch nirgendwo Platz, ne? Pfff, schwierig, schwierig. Hm, boit sieht jetzt auch nicht mehr so krass aus gerade. Aber das kriegen wir schon hin. So, ich hätte hier jetzt erstmal noch einen zweiten zogen. Und kriege ich den nächsten noch hin? Na, ganz knapp nicht. Okay, dann warte ich noch kurz auf die nächste Steinbücherung. Keine Steuern sind gute Steuern. So lautet meine Devise. Jetzt schießt die doch auch mal ab. Was dauert denn da so lange? Verstehe ich gar nicht. Okay, ich mache mal den Sound ein bisschen runter gerade. Machen wir mal. Der ist dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben laut. So, Stelle. Ach, die kosten ja auch Gold, ne? Hm, hm, hm. Okay, ich könnte langsam auch mal ein paar Brauereien machen. Damit wir mit Bier anfangen können. So, den nächsten Turm wollte ich noch machen. Und dann können wir einmal die Zinnen ziehen. Dann ist die Burg nämlich soweit erstmal fertig. So, haben wir das. Und jetzt, der holt sich irgendwie so richtig wenig Eisen gerade, wie ich sehe. Ja, Truppen haben sie aber schon ein bisschen was angesammelt. Okay, nervt die die auch die ganze Zeit mit berittenden Bogenschützen. Was jetzt aber nichts Dramatisches. So, Eisen kann auch ein bisschen weg. Stein jetzt auch. So, wie sieht es denn aus? 1400 haben wir. Wir könnten ja mal gucken, dass wir ein paar Stallungen machen. Ich will jetzt auch nicht volle Kanne aufberittende gehen. Nur halt so ein bisschen. Nahrung sieht gerade überhaupt nicht gut aus, muss ich sagen. Gefällt mir nicht so ganz. Ich frage mich, ob es sich mehr lohnen würde, wenn ich da oben noch ein paar Obstgärten hinmache. Oder vielleicht schon. Ich glaube, eine Käsefarm sollte da ausreichen. Ach, komm, jetzt passt da ernsthaft keine mehr hin. Naja, egal. 1, 2, 3, 4, 5. Pekaniere sammeln sich hier auf dem Bergfried. Auf dem Bergfried, bitte. So, Witter hätte ich dann jetzt gerne. Oh. Ah, scheiße, er hat Feuerballisten. Würdet ihr die bitte wegschießen? Der macht mir da gerade so ein bisschen die Wirtschaft kaputt. Okay, jetzt sitze ich hier sowieso schon weg. Ja, dafür sind die Ritter halt ganz gut. Okay, dann bauen wir das mal schnell wieder auf. Bevor da noch Bäume wachsen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Oh nein, jetzt sind die ernsthaft schon Bäume gewachsen, oder was? Hm. Hm, hm, hm. Die Bäume klauen mir ganz schön den Platz. Dagegen muss jetzt was getan werden. Waffenkammer ist eine Nachricht von Saladin. Bei allen Heiligen, ihr kämpft gut. Zu gut, fürchte ich. So, Waffenkammer ist voll, habe ich gehört. Dann müssen wir ein bisschen anbauen. Oh. Da war ich gerade ein bisschen unvorsichtig mit den Steuern. Oh, kacke. Nahrung ist jetzt auch ganz schlecht. Okay, wir brauchen ja ein paar Schenken. Da muss ich jetzt was tun. So, die machen wir hier jetzt ein bisschen frei. Dann kann ich da vielleicht auch mal ein bisschen Nahrung anbauen. Ich glaube, bei so viel Bevölkerung hätte ich vielleicht doch eher auf Brot gehen sollen. Aber naja, was soll's. Man muss ja mal ein bisschen rumexperimentieren. Okay, Saladin gräbt wieder ein Graben. So, ich sag mal, gehen wir hier von hinten rein oder zünden ihn an. Sag mal. Wie weit kann der bitte schießen? Wie, nicht genügend Holz. So, ein Lass jetzt. Hm, die nerven hier gerade so ein bisschen. Steht zu Diensten. Hä? Hallo? Okay, wo schießt der hier? Jo, er kommt mit ganz vielen Katapulten. Auf die Rösser. Auf sie. Hallo, greift das Katapult an. So, jetzt durch die da noch durch. Okay, und jetzt zurück. Ach, du stehst da ganz ungünstig gerade. Hopfen ist jetzt aber tatsächlich auch gar nicht so viel da. Aber wir kriegen da jetzt noch eine zweite hin. Steht zu Diensten. Es werden Rekruten benötigt, Jaya. Bereits eure Lordschaft. Was habt ihr vor? Wie lautet der Plan? Sie haben keine Chance. Auf die Rösser. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Oh, hallo. Zu Befehl. Für die Ehre. Steht zu Diensten. Auf sie. Da reiten wir doch mal rein. Oh, jetzt kommt da ganz schön was an Schwertkämpfern. Gut, dann ist das vielleicht doch nicht so die beste Idee. Okay, aber vielleicht schaffen sie es ja noch, bevor die ankommen. Na, oder vielleicht auch noch nicht. Oh Gott. Okay, die wurden ja mal komplett rasiert. Okay, das wäre jetzt gerade ein bisschen gefährlich hier mit dem Orangenhänder. So werde ich euch jagen. Es werden Waffen benötigt, Jaya. Und Marsch! Okay, der hat mir dann eine Balliste weggeschossen. Hallo. So. Wird vielleicht mal Zeit, dass wir da ein bisschen Druck machen? Zu Diensten. Vorwärts, Pekinierer. Hi. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Hm. Okay, vielleicht sollte ich da doch noch ein paar Türme hinmachen. Die kommen da doch ganz schön nah ran gerade. Oh, mach die mal weg. Das ist ja krass. Wie der Falkel den Hasen jagt. So werde ich euch jagen. Warte, wir haben eine Brungenschützen-Spam. Das ist ja krass. Meine Streitkräfte haben euch erneut zugesetzt. Das ist nur der Anfang vom Ende für euch, mein Freund. Es werden Waffen gemütet. Bin zur Stelle. Eine Nachricht von Saladin. Meine Streitkräfte haben euch erneut zugesetzt. Das ist nur der Anfang vom Ende für euch, mein Freund. Jetzt kommt er auch mal mit Katapulten. Okay, meine Freundschaft ist gerade so ein bisschen lahmgelegt. Ein paar Ritter bitte noch. Was machen die Ballisten denn? Jetzt schieß doch mal auf die. So, ihr zwei geht auf das Katapult. Die Ballisten kriegen es ja offensichtlich nicht hin. Okay, die ziehen sich zurück. Macht mal das Katapult weg. Hallo, Katapult. Steigt auf, Brüder. Gegenwehr ist zwecklos. Auf die Rösser. Die Klingen sind geschärft. Die Pferde sind gesattelt. Was habt ihr vor? In den Sattel. Es wird ein Waffen unnötig sein. Steht so neben Waffen benötigt, Sire. Okay, vielleicht sollte ich auch mal ein paar berührende Bogenschützen machen. Ich brauche mal noch einen Seidenerposten. Hallo. Seidenerposten. Holen wir uns mal ein paar. Nahrung müssen wir jetzt auf jeden Fall auch ausgleichen. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk huldigt euch, Sire. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Hallo. Bau jetzt dahin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Wie lautet der Plan? Okay, ich glaube, ich muss jetzt wirklich bald mal einen von den beiden wegmachen. Sonst geht das hier auf Dauer ganz schön auf meine Wirtschaft. Ähm. Ah, die haben mir die. Die Baumeistergüte kaputt gemacht. Euer Gnaden. Also, sorry. Es werden Rekruten benötigt sein. Wer hier mit berührenden Bogenschützen drüber bügelt, das ist echt gemein. Seine Truppen haben halt Angstfaktor-Bonus, ne? Also, es wird ein Waffen benötigt sein. Es wird ein Waffen benötigt sein. Es wird ein Waffen benötigt sein. Ach, Tom. Schultert die Waffen. Vorwärts. Bogenschützen bereit. Zum Befehl. Okay, geht hier mal mit dazu. Hallo. So, noch ein paar mehr Pekiniere wären jetzt echt schön. Ich glaube, dann kaufe ich einfach mal ein paar Piken. Verkauf dafür ein paar Armbrüste. So viele brauchen wir da, glaube ich, nicht. Mit der Beliebtheit geht es jetzt einigermaßen. Ach Gott, der hat da oben ja auch alles weggeholzt. Ja, wir haben nicht genug Holz. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Der macht mir ja immer die Holzfälle halten kaputt. Wirtschaftlich, das habe ich echt ganz schön in den Namen gelegt. Da kann man nichts gegen sagen. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Eure Landschaft? Vorwärts, Pekiniere. Eine Nachricht von Saladin. Der hat echt was gegen meine Apfelfarm. Da kann man nichts sagen. Oh Gott, die greifen beide gleichzeitig an. Okay, die Ballisten müssen weg. Da kriegt er die Katapulten auf. Ja, sie haben es noch kaputt gekriegt. Sehr schön. Oh, Vorsicht. Möichelmörder? So einer bist du also, ja. Steht zu dinsen. Es werden Waffen genügt sein. Und los! Auf sie! Eine Nachricht von Saladin. Bei allen reihlichen Ehe kämpft gut. Okay, ja. Man merkt schon, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt, sich aufzubauen, ist er ganz schön lästig. Ach, Kacke. Jetzt wollen die schon wieder massenkriert so ein bisschen. Na. Geben wir doch die Ritter. Probiert mal die ein bisschen wegzumachen. Aber ich glaube, die ziehen sich gleich sowieso zurück. Können wir den Beschuss noch kurz aushalten? Oh, lol. Da ist ja offen. So, macht mir mal die Britten im Bogenschützen weg. Und dann könnt ihr zurückkommen. So, jetzt wird es Zeit für die Offensive. Bei allen Heiligen, ihr kämpft gut. Zu gut, fürchte ich. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Was wünscht ihr? Ich würde sagen, ballern wir da einfach mit ein paar Katapulten auf. Oder wir könnten ihn halt auch anzünden. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ja, nehmen wir ein paar Feuerballisten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Oh nein. Nicht verlassen, bitte. Rettende Schützen, bitte mal hier ein bisschen aufräumen. Okay, dann brauche ich jetzt mal eine Gruppierung. Hier seht ihr zwei. Hier die eins. Und ihr die drei. Okay, ich speichere hier mal kurz. Speichern. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Halt, gefahren, fertig. In Ordnung. Schild bereit, eure Lordschaft. Ich probiere die mal wegzumachen. Ja, sehr gut. Okay, zurück. Nein, nicht verlassen. Geh da wieder rein. Okay, das hätte man besser machen können. Ballisten, bitte mal da rein schießen. Kommt schon, macht das weg. Ihr geht hier ein bisschen verteidigen. Okay, ich brauche Nachschub. Spieltum geht mal ein bisschen runter. So, jetzt hätte ich gerne ein paar berittende Bogenschüsse noch dazu. Wie lange braucht ihr denn jetzt mal anzuzünden? Ey, da ist nur noch eine Balliste übrig. Ernsthaft, jetzt? Och komm, als ob die... Hm, okay. Das können wir nochmal neu laden. Ich habe darauf gesetzt, dass die das anzünden. Oh, scheiß. Okay, weißt du was? Dann höre ich gleich ein paar mehr berittende Bogenschützen dazu. Ach, Philipp, vielleicht höre ich auch noch ein paar Baumeister. Die Waffenkammer ist voll, Maillard. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Okay, die Waffenkammer. Ich muss noch ein paar Waffen verkaufen. Böhmen bauen wir nicht. Hallo. Rüstungen bauen wir jetzt auch nicht unbedingt so viele. Okay, dann geht ihr mal jetzt wieder hin und herunter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ihr sammelt euch hier. Es werden Rekruten benötigt sein. So, ich könnte noch ein paar mehr Feuerballisten machen. So, spült den Grenzen wieder ein bisschen hoch. Okay, zwei sind noch übrig. Ja, dann machen wir noch eine Feuerballiste. Eben hat es ja anscheinend nicht so ganz gereicht zum Anzünden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, und fangen wir mit den Nieren auf. Es wird Waffen benötigt, Sire. Was wünscht ihr? Lernen, es ist ein Al-Hisan-U-Sarir, wie Amrik. Pfff, so. Seine Mangel schießt schon wieder auf mich. Erkappelt, Lerrie. Ich glaube, da oben ist wirklich schon am besten zum Angreifen. Okay, gehen wir mal da so ein bisschen rum. Jetzt versuch ich mir mal, die Mangel wegzuschießen. So, einmal schnell rum. Die Mangel weg. Oh, oh. Ah, geht mal alle ein bisschen weg. Ah, verdammt. Natürlich muss er jetzt genau dann einen Angriff starten. Ah, das war vom Timing her jetzt so scheiße gerade. Ah, verdammt. Okay, das können wir nochmal laden. Der kam da jetzt mit einem Angriff, mit einem Angriff, genau, in der er ist. Eure Kulade. Das ist jetzt doof. Nein, kommt weg da. Und vielleicht wäre der Saladin ja sogar noch ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, der Saladin wäre wirklich das bessere Ziel. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ach. Guck mal zurück hier. Ach, die haben mir jetzt halt die ganzen Baumeiser gebildet. Doch, das ist doch belastend. So. So. Okay, dann greife ich doch den anderen an. Schauen wir mal, wie wir das machen. Würde ich aber auch von der Seite so kommen. Wie gesagt, am besten wäre es halt, wenn wir ihn anzünden könnten. Euer Gnaden. Was wünscht ihr? Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht noch platzieren, mein Lord. Wir haben recht. Alles klar, nun seid ihr. Es werden Rekruten benötigt. Und los. Hi. Es werden Waffen benötigt, Seil. Steht zu dir. Es ist eine Nachricht von Saladin. Eure barbarische Vorgehensweise. Eure primitiven Pläne. Ihr seid zu durchschaubar, mein Freund. Ah, er kommt schon wieder mit Katapulten. Oh, mein Herr, ich bin euer. Und das mal ganz schnell wieder ein. Okay, warte mal später. Ich muss ihn mal ein bisschen reparieren jetzt. Jetzt kommt der hier unten auch. Hallo, reparieren. Balliste, bereit, mein Lord. Steht zu dir. Nein, es werden Waffen genügend sein. Halt die Fahrer hinter mir. Okay, Gold ist alle. Das ist schlecht. Wo sind die drinnen im Wohnschützen? Da. So, ihr seid mal hier zwei. Was wünscht ihr? Vorwärts, Pekinierer. Eine Nachricht von Saladin. Bei allen Heiligen. Ihr kämpft gut. Zu gut, fürchte ich. Ja, dann hör doch auf, mich anzugreifen. So, wie sieht's jetzt bei den Truppen von denen aus. Ungefähr gleich viel. Ich hab jetzt eigentlich richtig viele berittene Wohnschützen. Damit sollte ich die Brotverteidigung eigentlich ganz gut kriegen. So, ihr seid die zwei. Ich hab die eins. Ähm, b-b-b-b. Katapulte mach ich mal auf die vier. Katapult wird bewegen. Gut, ihr seid die drei. Na, kommt er schon wieder mit einer Angriffsharmee? Na ja, wenn man's so nennen will. Okay, hier stehen seine Türme halt ein bisschen weiter auseinander. So, dann würde ich hier nochmal kurz speichern. So, ganz schnell bitte die Mangel wegmachen. Okay. Ähm, Katapulte. Geht mal hier ein bisschen längs. Okay, seine Brotverteidigung haben wir gut weggemacht bis jetzt. So, die Ballisten ballern mir jetzt da mal ein bisschen rein. Ihr stellt euch da vor. Ich will ihn jetzt brennen sehen. Und zwar schnell. Ey, ihr sollt da reinschießen, ihr Idioten. So, nochmal hinten rumreiten. Ja, sehr schön. Jetzt brennt er. Ey. Ihr Säcke. Lass dir wohl meine Gelagerungsgeräte in Ruhe? Das Vorratslager ist voll, my lord. Genau, eine Nachricht von Saladin. Na, wir warten mal noch kurz. Ballisten können wir ein bisschen näher ran. Oh, oh, oh. So, Ballatmeter mal schnell rein. Hier genauso. Drucken wir nach hier vorne. Ah, Feuer, 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 Feuer. So, ich glaube, jetzt können wir langsam rein. Die Frage ist, reicht das jetzt noch, um den Lord zu töten? Oh, der hat da noch Möchelmörder gehabt. Wir warten noch mal kurz, bis die raus sind. So, während das könnte ich mal kurz hier hinten gucken, dass ich schon mal ein bisschen Nachschub produziere. Okay, Pieten sind gerade ganz wenige vorhanden. Okay, aber ich glaube, jetzt können wir rein. So, Spieltipp kommen wir wieder ein bisschen hoch. Ja, das sollten wir jetzt easy haben. Ey, soll mal die schießen da hinten wieder? Okay, den haben wir. Okay, da kommt der andere eben zur Hilfe. So. Das war Nummer 1. Gut, ich spiele gerade gar nicht mal so effektiv, fällt mir auf. Naja, vielleicht liegt es doch daran, dass ich schon ein bisschen müde bin, ne? Das ist halt schon relativ spät. Ich warte gerade eigentlich hier, wie gesagt, bloß darauf, dass die Videos schon hochgeladen sind. Aber naja, kann man ja auch mal machen. Einfach eine Runde Stronghold spielen. Am Abend oder am Morgen, besser gesagt. Das ist ja schon früh. So, holen wir uns noch ein paar Britten der Bogenschützen. Später machen wir wieder hoch. So, jetzt können wir uns auch hier wieder freimachen. Okay, ich brauche mir mal jetzt ein bisschen Hilfe. Jetzt sieht hier nämlich gerade gar nicht mal so gut aus. Warte mal. Der kam nämlich auch mit Palisten. Ich bin zur Stelle. In Ordnung. In Ordnung. Die Waffenkammer ist voll. Balliste, bereit. Balliste, bereit. Meilung. Katapult, bereit. Meilung. Meilung. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Ich bin zur Stelle. Die Pferde sind sehr aus. So, okay. Jetzt hat er gut Verluste gemacht. Unsere Einheiten sehen aber auch nicht mehr so gut aus. Äh, bleibst du wohl von da oben weg? Sag mal. Das Vorratslager ist voll. Die Waffenkammer ist voll. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Spieltempo kam wieder auf 80 hoch. Und jetzt erstmal ein bisschen verkaufen hier. Waffenkammer war schon wieder voll. Achtung. Es werden Waffen benötigt. Scheuer. Im Laufschritt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, holen wir uns hier mal Nahrung wieder. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Und noch mehr Pekaniere. Dann brauchen wir noch ein paar Baumeister. Und Rekruten. Die brauchen wir auch. So, wie sieht es jetzt aus? Geldtechnisch möchte ich ihn weit überlegen. Truppentechnisch. Ja, er ist halt wieder am Sammeln. Okay, ich brauche mehr Leute. So, hier könnte man auch nochmal kurz ein bisschen reparieren. So, die Katapulte reichen ja eigentlich, denke ich mal noch. Fünf Stück sollten eigentlich ausreichen. Ich speichere mal. Dann hätte ich jetzt gerne noch ein paar Ballisten. Und dann nochmal Schilde. So, das hätten wir. Ihr bleibt hier zum Verteidigen. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. So, okay, ich glaube beim Pekanieren reicht das jetzt erstmal. Brindende Bogenschützen, wie viele haben wir da jetzt? 135 sollte, denke ich mal, auch reichen. Können wir eigentlich gleich mal angreifen, wenn die Armee da fertig ist? Oh. Okay, da habe ich gerade ganz schön brindende Bogenschützen verloren. Das ist jetzt doof. Okay, warte mal. Spieltempo geht mal kurz ein bisschen runter. Das geht mir hier alles ein bisschen zu schnell. Feuerwerfer bitte mal weg. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. So, die Zwei. Die Drei. Die Drei. Bei allen Heiligen, ihr kämpft gut. Zu gut, fürchte ich. Ihr seid noch die Vier. Ihr seid die Eins. Ja, und dann haben wir halt eigentlich. Okay, nochmal speichern. Und dann gehen wir rüber. Balliste, bereit, 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 mein Lord. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Was wünscht ihr? Vorwärts pikinieren. Balliste, bereit, bereit, mein Lord. Alter, wie weit diese Mangen aber auch schießen. Ja, da kommen noch so ein paar Einheiten von ihm raus. Gut, äh, ich brauche noch ein paar mehr Brillende Bogenschützen. Sekunde. Jetzt spielten wir mal noch mal ganz kurz richtig runter. Und dann produzieren wir noch ein paar nach. Die sammeln sich dann hier unten. Okay. Ballisten kommen wir mit nach vorne. Ballisten, bereit, mein Lord. Halt den Pulte auf. Ich ziehe mal alles nach vorne, was noch da ist. Okay, Spielzeuge bekommen wir den Hof. Ihr reitet mir einmal rum. Ja, das Problem sind halt eigentlich bloß seine Mangen. So, dann könnt ihr jetzt mal da reinballern. Und ihr ballert hier rein. Von dem Rinnen im Bogenschütz ist nicht mehr so viele übrig, würde ich sagen. Was wünscht ihr? Ja, dann holt euch doch Steine. So, weiter draufballern da. Ihr schießt mir da rein. Gut, da ist jetzt offen. Ihr kommt zurück. Ihr seid meinen Kräften wahrlich nicht gewachsen. Geht auf, mein Freund. So. Verkaufen wir hier nochmal alles Überflüssige. Waffen brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht mehr. Schwerter sowieso nicht. Dann holen wir noch ein paar Binnen im Bogenschützen nach. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ah, Junge. Geht das nach vorne? Okay, von dem Ballisten sind jetzt auch nicht mehr so viele übrig. Was ist denn hier los? Ihr seid meinen Kräften wahrlich nicht gewachsen. Geht auf, mein Freund. Ihr könnt das, was Freundschaft uns entgeht niemand. Verzeihung sein. Jetzt lasst den sich nicht wieder aufbauen. Jetzt macht mal hin. Schießt doch da rein jetzt. Es kann doch nicht so schwer sein. Zündet den an jetzt. Alle da auf dieses Gebäude. Feuer bitte. Dankeschön. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Okay, jetzt geht einfach rein da. Scheiß drauf. Ihr ballert mir auf den Lord. In Ordnung, wie ihr befehlt. Okay, da haben wir es. Ja, hat jetzt vielleicht ein bisschen länger gedauert, als es nötig war, aber naja. Wie gesagt, es ist schon sehr spät. Und ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei das Reich der Kamele. Wir können ja schon mal reinlunzen. Oh, okay. Nächstes Mal gegen drei Sultane. Und wir haben Höhen verteilt. Interessant. Aber das sehen wir alles beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.